Guten Tag liebe Tierfreunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tierfreund TV. Heute möchten wir Ihnen eine weitere Katze aus dem Eifeltierheim in Altrich vorstellen. Wie Tierheimleiter Rainer Korde berichtet, kommt Anna von einem Bauernhof, wo sie unter schwierigen Bedingungen gelebt hat. Sie hat bereits mehrfach Junge bekommen, die aber immer totgeschlagen wurden. Auch sie selber sollte wohl getötet werden, wenn sie im Tierheim nicht aufgenommen wird. Dabei ist Anna eine sehr menschenbezogene, verschmuste Katze. Sie genießt es, stundenlang gekrault zu werden. Die Gesellschaft von anderen Katzen schätzt sie nicht so sehr. Sie wäre als Einzelkatze in einem ruhigen Haushalt sehr gut aufgehoben. Da sie es von ihrem früheren Zuhause gewohnt ist, draußen rumzulaufen, wäre auch an einem neuen Platzfreigang ganz wichtig. Anna ist etwa acht Jahre alt. Sie wurde vom Tierarzt untersucht und auf Katzen, Aids und Leukose negativ getestet. Außerdem ist sie kastriert und geimpft. Wenn Sie, liebe Zuschauer, Anna oder eine andere Katze aufnehmen möchten, melden Sie sich bitte im Eifeltierheim in Altrich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche zu einer neuen Folge von Tierfreund TV.